Dr. Markus Söder, Ministerpräsident aus Bayern, hat mich angezeigt. Servus, grüßt euch. Ich habe eine schöne Post bekommen, mache natürlich die Post auf. Leitende Oberstaatsanwältin in Deggendorf. Denken wir um Gottes Willen, was ist passiert? Anzeige gegen Stefan Brotschka wegen Gegenpersonen des politischen Lebensgerichtes der Beleidigung gemäß § 188 Strafgesetzbuch. Der Staatsanwalt Deggendorf liegt eine im Auftrag des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Söder, MDL, am 9.03.23 erstattete Anzeige vor. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es ein wenig chillig, ich kenne ja den Herrn Dr. Markus Söder, damals noch ohne Doktor, noch aus der JU-Zeit. Er ist damals schon sehr arrogant durchgegangen und auch einer, der sehr gerne ausgeteilt hat, aber einstecken konnte er damals schon nicht. Auch dieses Mal habe ich ihn angeblich beleidigt, weil ich angeblich Söder gesagt habe, ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, wie man das in Verbindung bringt oder so, keine Ahnung, und Landesverräter. Und das wird man in einer Weise bezeichnet haben, die geeignet war, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren. Naja, was der Herr Söder halt die AfD alles so nennt, ob das nicht auch erschwerend ist für unsere Arbeit und so, aber kommen wir noch mal zu der Anzeige. Ich war bei meinen Rechtsanwälten, die haben typisch gesagt, wir werden auf das Schreiben nicht antworten. Sagt er, erstens war es eine politische Rede auf einer politischen Veranstaltung gegen einen politischen Gegner oder Mitbewerber. Noch dazu der politische Aschermittwoch, der für überzogene Reden, für Satire und wie auch immer er bekannt ist. Und da ja die CSU ja immer eine Partei war, die sowieso immer groß draufgehauen hat. Und in der uns in vergangenen Reden auch der Herr Dr. Markus Söder, bekannt als Ministerpräsident Bayern, auch das eine oder andere die ganze AfD dementsprechend beleidigt hat. Ja, er hat keinen persönlich beleidigt, das stimmt, aber die ganze AfD hat in seinen Wirken sehr eingeschränkt mit seinen Reden. Also meine Rechtsanwälte meinen, alleine daraus dürfte schon nichts entstehen. Und selbst wenn sie weitergehen, dürfte mir, weil das drohen sie da an, unter Beachtung ihrer Immunität als Abgeordneter des Bundestags wurde kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem werden zur Wahrung ihre Interessen die Vorschriften und bla 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 bla. Ich ziehe in Erwägung gemäß Paragraf die Genehmigung zur Durchführung der Strafverfolgung wegen einer Beleidigung politischen Charakters einzuholen. Also sie möchten meine Immunität aufheben. Und da gibt es ja auch so einen Sprachgebrauch, dass bei politischen Reden die Immunität nicht aufgehoben wird. Er sagt, meine Rechtsanwälte haben klipp und klar gesagt, also wenn die Staatsanwaltschaft das verfolgt, dann ist es ganz klar politisch motiviert. Und wenn dann noch dazu der Bundestag meine Immunität zwecks dieser Anzeige aufheben würde, dann hat er schon gesagt, dann tritt er sogar der AfD bei. Weil dann weiß er, dass es nichts mehr rechtmäßig zugeht in diesem Land. Also in dem Sinne, ja, ich habe das vernommen. Ich werde im Fall komplizieren, ob das ein oder andere Mal darauf angesprochen werden. Aber ich sehe das sehr chillig, ich bin sportlich. Leider habe ich die Anzeige erst nach dem Maybach-Anstieg gesehen, weil da habe ich Herrn Dr. Markus Söder auf der Toilette getroffen und hätte ihn darauf angesprochen. Aber leider ist das erst später eingegangen, weil das hat ein Datum vom 23.03. und die Post ist mir am 28.04. zugegangen. Jetzt weiß ich nicht, haben sie es so lange liegen lassen, weil sie Angst hatten oder wie auch immer und sich dann nachdem, dass Groß das Ganze veröffentlicht hat, doch dazu entschieden hat, mich auch zu schicken oder weil die Umfragewerte der AfD steigen. Deswegen muss man auf die AfD draufhauen. In dem Sinne, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich wünsche euch was. Servus, Pfiat euch und habe die Ehre. Enker Stephan. Ich wünsche euch auf dem Telefon. Ich wünsche euch auf dem Telefon.